Einen wunderschönen guten Abend Freunde und wir schauen uns heute wieder Fortnite Clips zum Einschlafen, zum Müde werden, zum Chillen einfach an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und benutzt gerne den Creator Code Savile, denn alle Creator Codes wurden zurückgesetzt. Also ich hab bei Null wieder angefangen, mich würde das sehr, sehr freuen. Wir gehen jetzt rein in die Clips und danach wünsche ich euch eine schöne Nacht. Oh, wen haben wir denn hier Freunde? Oh, der ist kurz teleportiert, einfach in den Mülleimer und ist unsichtbar geworden. Ähm, okay, das hab ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich, ist das im Glück? What the heck? Was hat der Typ grad gemacht, Junge? Alter, das Video ist natürlich unten in der Videobeschreibung von Face Fortnite hier. Kranker erster Clip, fängt schon übel gut an, ich sag euch wie es ist, ne? Heftig. Ey, der Gleiter ist geil, ne? Den feier ich. Jetzt gucken wir mal, was er hier macht mit seinem coolen Gleiter. Oh. Alter, ich kannte den Spot gar nicht. Ui. Alter, was ein Timelack. Das ist das andere Glück. Ey, jeder macht grad diesen Glitch, ne? Warum kannte ich den Glitch nicht? Was soll das? Als ob der jetzt auch trifft, Alter. Ey, alles klar. Und die holen den epischen dabei. Ey, mit diesen Clips kann ich so gut einschlafen, ne? Ich sag euch wie es ist, ey. Ich kann so gut einschlafen mit den Clips. Ist einfach schön anzugucken. Komm schon, den holst du dir. Oh mein Gott. Boah, ich wär ausgerastet. Ich sag euch wie es ist, ne? Oh mein Gott. Dieser Sound-Effekt hat so gut dazu gepasst. Mann, Mann, Mann. Der hat den einfach kurz dagegen gefahren. Hilf ihm doch. Ja, okay, er hat den dann bestimmt reviviert, denk ich mal. Wohin wirft er denn? Ja, ich wollt's grad sagen. Zu dem zurück. Alter, nice. Einfach durch den Busch. Ja, das war ein Busch. Als ob! Der hat einfach 27 Kills gehabt. Krank. Okay. Jetzt sterben. Unter der Map. Und tot. Diese Bugs einfach noch. Oh, ich mag die Pickaxe gar nicht. Schafft er's? Oh, ich hab's nicht mehr. 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 Der eigene Team-Mate hat ihn getrollt. Jetzt hier aus dem Taxi rausschießen. Auf jeden Fall am Start. Und wie komisch das aussah. Oh, ja. Und auch unter der Map. Und jetzt stirbt er wahrscheinlich auch, oder? Ja. Okay. Nein, dein Auto brennt. Aber er hat's direkt gecheckt. Er ist direkt rausgegangen. Musst du ihn mal auch lassen, ne? Nice one. Nein. Oh, die Arme. Ah, der Mist ist aber auch schon passiert. Scheiße. Alter. Yo. 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 Was, Digga? Das sind einfach die Meister des LKWs. Was? Nein. Oh, die haben... Ah, was haben wir da grad gesehen? Das ist das erste Mal, das, was ich auch gesehen hab. Kranke Clips. Wow. Also, ich glaub... Oh. Kurz Respekt-Shelley gegeben. Ey, ich sag euch ehrlich. Ich glaub, ich penne danach direkt ein nach den Clips. Ich mach das Video und penne direkt ein. Oh. Wer alt ist der? Ich schätze, ein bisschen älter, aber cool. Dass man mit so einem Alter auch zockt. Eiei, ich war auch immer gegen den Brunnen. Eiei, satisfying. Befriedigend hier. Von Face Angelus. Das war grad so Karma. Er hat halt mega Karma kassiert. Alter. Nice to turn on. Hä? Okay. Okay. Ich würd's so ausrasten. An den... Das ist halt... Mein... Oh mein Gott. Er kam einfach vom Himmel. Er ist fresh. Okay. Okay. Was geht denn da ab? Er kam... Er kam... Er kam... Er kam... Er kam... Er kam... Er ist heute normal... Oh. Junge, ich würd durchdrehen. Er freut sich gar nicht richtig. Komm und... Er stirbt. Schade. Wer hätt das gedacht. Alter. Ist das... Wie weit... Ist denn der grad geflogen? Ah. Der hat den Globo aufs Spawnspad gehauen, oder? Glaube ich. Schnell in die Zone. Leute, ihr seht schon. Ich werd müde. Weil die Clips so gut sind. Ich sag euch, wie's ist. Das ist perfekt zum Einpennen. Jeden Abend hier. Nicht jeden Abend, aber... Jeden dritten, vierten Tag... Mach ich die Videos hier, damit ihr schön einschlafen könnt, ne? Eiii. Die Eiken kann er. Also, ich muss sagen... Die Fortnite Clips sind halt mega gut, auch wieder. Also, die Videos tun nie enttäuschen. Hab ich das Gefühl, bis jetzt. Ah, das ist jetzt wieder der Bug, ne? Wie gesagt, ich kannte es gar nicht. Mich würde interessieren, wenn man runterfällt, ob man stirbt, oder... Oha. Okay, der geht in den Himmel, Leute. Er ist gestorben im Fortnite-Himmel. Oha. Oha. Look at this, dude. Oh. Clean. Let's no scope. Nein, der stirbt. So ein geiler Hit und dann so. Ja, einer meiner Lieblings-Skins hier. Der Anime-Skin. Nice. Nice. Alter, er hat kurz den Triple geholt. Die werden stirbt. Wie die so geschrien hat, das hat so gut dazu gepasst. So gut. Er hat eine geile Wand hinten. Übel nice. Und tot, gell? Ne. Vorne ist halt einfach mega verbuggt, ne? Der freut sich jetzt. Und holt einen epischen, oder? Hat er so einen epischen geholt? Ne, es war überhaupt kein epischer. Hä? Nein. Oh mein Gott. So ein bisschen vor der Zone. Auch krass am editieren, der Typ. Oh, der macht jetzt einen Trickshot, oder so, ne? Alter. Ne. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich schlafe jetzt schon. Ich muss jetzt schon schlafen. Das ist... Fight! Oh, du bist ein Kabon, oder? Du bist ein Kabon, oder? Bro, du hast eine Rattita, da? Ey, Mann. Hey, der eine war gerade zu krass mit dem Trickshot. Ich sage euch, wie es ist. Was ist das? Ich gehe. Hilf mir. Hilf dir. Na gut. Oh, was hat der denn für eine Grafik? Es ist auf. Was ist das? Ich sage euch, ja, DJ Spiel. Ja, der geht wieder zu Galactus wahrscheinlich. Da hinten ist aber, ne? Leute, das war's von den Clips. Übertrieben krass. Ihr seht schon, ich penne jetzt schon ein. In diesem Sinne, gute Nacht. Haut rein. Und ciao, ciao.